Oh ja, ich weiß, das wird wieder gefährlich für uns. Vor allem, weil jetzt der ganze Horde an uns vorbeirennt. Sofort! Für den Orden! Feindkontakt! Vorwärts! Hey, sogar ein Bogen. Und los! Und kriecher Blut. Sofort! Befehl verstanden! So, nutzen wir bei uns den Paladin, um sie abzufangen. Ein bisschen. Erwarte Befehle! Paladin ist jetzt zum Glück recht stark. Vorsicht! Sie sind hier! Jawohl! Marschbefehl! Augen offen halten! Einsatz bereit! Gebiet sichern! Dann nutzen wir bei die Paladin. Auf mein Zeichen! Und los! Jawohl! Alles klar! Befehl verstanden! Vorwärts! Einsatz bereit! Sie schlagen zu! Jawohl! Sie schlagen zu! So, schalten die Spinne aus. Gebt das Zeichen! Bin unterwegs! Schalten die drei... Jawohl! Noch ein bisschen aus. Erwarte Befehle! Verstanden! Oh, da kommt wieder ein ganzer Meer. Vorwärts! Einsatz bereit! Gebiet sichern! Und los! Gucken wir mal kurz, was sich hier hinten befindet. Verstärkt die Verteidigung! Vorsicht! Sie sind hier! Sie schlagen zu! So, ein Paladin können wir locker setzen. Erwarte euer Kommando! Gebiet sichern! Bin unterwegs! Erwarte Befehle! Das ist ja echt nicht das Problem. die Paladin zu ersetzen. Auf meinen Befehl! Herr der Skelette! Hier! Sofort! Folgt mir! Ach so, dass ihr da alles plüterbare Leichter habt. Vorwärts! Erwarte euer Kommando! Augen offen halten! Okay. Auf mein Zeichen! Und los! Dann sollte ich die hier auch noch alle plündern. Folgt mir! Okay, grad haben wir... Einsatz bereit! Feuerpause, das ist gut. Bereit für den Kampf! Alles klar! Ja, holen wir uns die Gegenstände, die hier noch bei den Toten rumliegen. Und in der Tugel... Hier! Sofort! Dann lesen wir mal kurz unser Questlog, weil unsere RB steht da ja recht gut. Ein Nebelquarz, ein Eisendorch... Und los! ... und eine Keule. Zauberheilung, die erste Stufe, eine schwache Zauberkugel. Übungsklinge und hier drin. Ein Mannerring und ein Schockzauber. Und los! Mir nach! Hier, mir nach! So, fehlt noch er hier. Noch ein Nebelquarz, Lapislaz und ein leichtes Beil. Übungsstab, Nobsidealmasken und... Folgt mir! Sofort! Gebt das Zeichen! Vorsicht! Sie sind hier! Wir rennen hier gegen meine Truppen an. Und ja, ich sollte die vier Bauarbeiter rufen und dann hier ein Verteidigungsgericht einrichten. Aus Türmen, sobald ich etwas vorgestoßen bin. So, haben wir jetzt mal Questlog. Also. Kopfjagd. Die Twongs gefährlicher Verbrecher treiben im Schattenhain die Unwesen. Sarscht einer weiß bestimmt etwas über sie. Ja, im Kampf habt ihr einen gefährlichen Gegner den Kopf abgeschlagen. Vielleicht kann euch Sarscht einer etwas über ihn sagen. Besiegt Sergei Twong. Sergei Twong ist ein geschickter Kämpfer. Besiegt ihn und erbeutet seinen Kopf. Doch achtet auf seinen Dolch. Haben wir? Elisha Twong beherrscht die Eismagie. Besiegt ihn und erbeutet seinen Kopf. Ragnar Twong ist ein gefährlicher Schwarzmagier. Besiegt ihn und erbeutet seinen Kopf. Damo Twong führt die Kampfwachs wie Keitsfeiner. Besiegt ihn und schlagt ihm den Kopf ab. Brendel Twong. Twong schießt mit der Armbrust. Besiegt ihn und erbeutet seinen Kopf. Übergebt Sarscht einer die Köpfe der Twongs. Eine hohe Belohnung ist für denjenigen ausgesetzt, der alle fünf Twongs besiegt. Wenn alle Köpfe erbeutet sind, wird es leider sich in eine Belohnung beintauschen. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Jo, okay. Erstmal zurückziehen, bitte. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. Bereit. Mir nach. Jawohl. Folgt mir. Zur Ehre Aonius. Ja, los. Ich glaube, wir müssen als erstes hier oben hin und gucken, dass wir die Elfen retten. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Augen offen halten. Zu euren Diensten. Und verzüglich. Vorwärts. Kriegt er zurück. Kriegt er zurück. Jawohl. Alles klar. Befehl verstanden. Oder wir beschlossen uns jetzt einfach mit Brandl Tronk, weil der einfach so aufgetaucht ist. Jawohl. Mit einem anderen. Vorsicht. Alles klar. Sie sind hier. Feindkontakt. Sind auf Feinde gestoßen. Feindkontakt. Herr der Ruhne? Wird sofort erledigt. Bleibt standhaft. Erwarte Befehle. Bereit. Und los. Vorsicht. Sie sind hier. So. Dann haut mal die Feuerwerfer glatt. Auf mein Zeichen. Sofort. Sind auf Feinde gestoßen. Da ist andere, was euch entgegenkommt. Gebt das Zeichen. Oh. Zwei Verluste. Ein Paladin und ein Priester. Vorsicht. Jawohl. Sie sind hier. Augen offen halten. Jawohl. Alles klar. Erwarte euer Kommando. Augen offen halten. Sind auf Feinde gestoßen. Vorsicht. Sie sind hier. Bereit für den Kampf. Bin unterwegs. Ja. Vorwärts. Schnell. Und los. Und los. Mir nach. Und los. Auf meinen Befehl. So, haben wir noch einen Kopf. Erzthaft. Gebiet sichern. Sofort. Was wünscht ihr. Schon dabei. Neutrale Einheiten. Erwarte Befehle. Augen offen halten. Also KI-Einheiten sind praktisch, aber manchmal sind sie echt nervig. Sind auf Feinde gestoßen. Sind auf Feinde gestoßen. Schließt die Reihen. Feindkontakt. Bleibt standhaft. Feindkontakt. Zu euren Reihen. Sie an. Alles klar. Marschbefehle. Wartbefehle. Augen offen halten. Bereit für den Kampf. Stehe bereit. Vor allem, wenn sie die Gegner anbauen. Sind auf Feinde gestoßen. Ja, er lauft auf die Hügel und... Feindkontakt schiebt die Weckung. Hier. Als ob das wirklich klappt. Gebt das Zeichen. Noch ein toter Paladin. Sehr schön. Vorsicht. Sie sind hier. Ich hab ja gesagt, ich hab das niemals hingekriegt. Erwarte euer Kommando. Auf meinen Befehl. Sofort. Mir nach. Und los. Feindkontakt. Sofort. Das kann ich nicht, wenn es einer nicht weglaufen will. Und los. Mir nach. Okay. Vorwärts. Schnell. Sofort. Das heißt, wir müssen hier erstmal einen Durchbruch wagen. Verstärkt die Verteidigung. Gebt das Zeichen. Oder einfach mal hoffen, dass nichts mehr kommt. Gebiet sichern. Schnell. Jetzt bitte Rückzug. Bitte, bitte, bitte. Ey, ihr seid doch Säcke. Marschbefehl. Hier. Sofort. In die Schlacht. Vorsicht, Gegner. Für den Orden. Sie schlagen zu. Einsatzbereit. Auf meinen Befehl. Schnell. Sofort. Erwarte Befehle. Und los. Oh, endlich mal ziehen sie sich zurück. Verfügt über mich. Habe verstanden. Ja, vernichtet das Lager am See. Vernichtet das Nachschublager. Jawohl. Bereit. Und los. So, gucken wir mal kurz nach dem Bannwerk. Also sind wir in Silberblatt zu dem Schattenhain noch Bestatter des großen Bannwerks. Sie benötigt einige Gegenstände dafür. Nachtglanz. Der Nachtglanz ist ein besonderer Ring, der Schutz gegen Magie bietet. Er ist vor allem für Zauberer geeignet. Silberblatt hatte die Bestandteile des Rings bereits gesammelt. Aber sie wurden hier von Braningens Leuten abgenommen. Finde einen Rauchquartz und bringe ihn Silberblatt. Ja, Rauchquartz wird Nebelquarz genannt. Gemeint sein. Haben wir ja genug. Silberblatt. Silberblatt ist ein kleines Schmuckstück. Er muss zu Silberblatt gebracht werden. Ach nee, Rauchquartz ist das hier. Okay. Und den Silberblatt haben wir auch. Sternenfeuer. Ein weiterer Bestandteil des Rings. Der Silberblatt entwendet wurde. Sie benötigt es wieder. Die Bankmaske bietet guten Schutz gegen Magie und Waffen. Sie ist vor allem für Kämpfer geeignet. Für diese Maske benötigt Sinn, wenn noch einige Zutaten. Ein Treuschädel. Bereit für den Kampf. Bin unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.